Hoooooooooo! NEIN! Aaaaaaaaah! Ja, das war's mit unserer Armee. Und hier hinten baue ich dann auch gleich noch eine Mauer. Hier so rüber. Wenn die fertig sind mit Fleisch. So, ihr geht auch hier mit dazu. Und baut. Ihr geht auch hier dazu und baut. Hier, nicht faul werden. Shit! Geht zur Festung und zu den Türmen. Von da unten kommen die. Ja, da kann ich ja so viel Welle bauen, wie ich will. Kacke, die greifen uns jetzt also durchgehend an. Ja, dann baue ich hier einfach wie so eine Pfeilhölle. So, hier geht es mal hier rein. Weil ihr Zwerge baut euch jetzt Felder. Das reicht mir jetzt. Weiter bauen! Nein, nicht die Zwerge. Ihr könnt nicht bauen, ihr seid zu dumm dafür. Entschuldigung. Nichts rassistisches gegen Zwerge, aber diese zwei. Sagen wir es mal so. Age of Mythology Helden sind jetzt mal so generell nicht die schlauesten. Ich lass das jetzt einfach mal so stehen. Hust. 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 Kastor. So. Haha. Jetzt müsst ihr von da vorne kommen. Oh shit, mein Markt ist ja fast kaputt. Apparier den mal. So, du brauchst ein Feld. Ich will jetzt mich einfach nur darum kümmern, dass meine Rohstoffversorgung klappt. So, jetzt fangen wir wieder an Einheiten zu bauen. Oder soll ich die hier? Ich komm, ich entwickle die nochmal weiter. Aber hier kann ich mal ordentlich welche raushauen. So, alle gleich hier dazu. Hier bauen wir ein Tor, dann müssen wir auch wieder reinkommen. So, und jetzt noch ein Turm. Das ist jetzt vielleicht nicht alles so schlau. Oh, scheiße, der ist fast tot. Hab ich keine... Ah, ich will eine Walküre. Ich kann mir schon wieder keine Drecks Walküre leisten. Das gibt's doch nicht. Du greifst jetzt shit an. Wir brauchen jetzt einen Gunst. Es tut mir jetzt leid um die armen Tiere. Aber ich brauch Gunst. Ich brauch Gunst. Jetzt hat... So, ich lass den Elch ja schon entfrieden. So, ich brauch eine Walküre. Pronto. Nein, 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 nein. Nein, geht da rein, geht da rein, geht da rein, geht da rein, ihr Tippen. Lass die außen rum gehen. Und du gehst mal bitte... Du bist wertvoll. Du gehst bitte hier zur Walküre und du heilst ihn. Sorry. Du gehst jetzt hier hinter und du heilst hier mit. So. Und jetzt kommst du hier vor und du heilst den. Der da. Ah, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt weiß ich, dass mein blöder Plan hier außen rum klappt. Dass die mir hier schön in die Pfeile laufen. Und ich kann mir noch eine Walküre holen, um meine andere Walküre zu heilen. Ich brauch... Ich hör schon wieder! Wir bauen jetzt hier hinten mehr Häuser. Wir brauchen mehr Häuser. Wir brauchen mehr Häuser. Wir brauchen mehr Häuser. Angriff! Immerhin klappt das hier ganz gut. Kann ich mal unseren Wall... Ja, ich verbessere mal unseren Wall. Ich habe jetzt unsere ganzen Brustoffe ausgegeben. Es war nicht besonders smart alles. Aber das ist hier nichts Neues. Wir treffen keine smarten Entscheidungen in diesem Let's Play. Also gibt es einfach mal nicht. Nicht die, die fast tot sind! Geht halt weg! Das ist mir jetzt zu dumm, die da rauszufurzeln. Ich habe Gold. Was kann ich mit Gold machen? Nix, weil ich brauche Fleisch. Immer noch mehr Zwerge, um Fleisch zu machen. Oh ne, der Turm schießt schon wieder da drüben. Kommt da jetzt die nächste Ladung oder was? Das gibt's doch nicht! Die sollen mal aufhören, mich anzugreifen. War das jetzt echt nur, weil ich die Tempel kaputt gemacht hab? Ah, ich kann mir nur eine Balliste kaufen. Hab ich nicht irgendwo... Ja, schwerer Auskall. Die kosten alle nur Holz und Gold. Und du kostest nur Gold. Uh! Allwissenheit! Kostet auch gar nicht viel, der Scheiß. Warte, ich mach das nochmal hin. So, nochmal. Kostet auch gar nicht viel, der Scheiß. Was kostet das hier? Das könnten wir uns sogar live... Ah! Ja, das will ich. So, jetzt hab ich gleich erfolgreich alles ausgegeben, was wir haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil wenn wir hier weggehen, ähm, da kommen die bestimmt. Und da hab ich nicht so Lust drauf. Und hier müssen wir irgendwie hin. Boah, das wird ätzend, Leute. Das wird ätzend. Aber ich würde sagen, wir riskieren es jetzt einfach mal und bewegen uns. Langsam aber sicher hier aus unserem... Ding raus. Wir warten hier und da. Und da noch. Okay, wir gehen wieder rein. Die sollen zu uns kommen. Davor kloppen wir uns nicht mit denen. Bitte die Ballisten und so nach hinten. Die zwei stehen einfach nur in der Gegend rum. Ich nenne sie Hans und Jörg. Tragbare Ramme. Bestehend aus Hans und Jörg. Stehen einfach in der Gegend rum und helfen einfach mal nicht. Läuft! So, bitte. Geht hier weg! Geht hier weg! Ich will nicht, dass meine Einheiten immer Schaden nehmen. Nein! Ja, dann bewerft euch halt mit Exen über die Mauer. Wenn's euch glücklich macht. Haben wir jetzt. Hier warten wir noch auf einen... Lasst euch halt nicht ködern! Und da kommen schon die Nächsten. Das gibt's doch nicht. Ich krieg die nicht schnell genug down. Ich bau mir jetzt hier gleich überall Türme hin. Das gibt's doch nicht. Du. Du. Und du. Ihr baut mir jetzt hier noch einen Turm hin. Das gibt's ja nicht. Ich glaub, ich werd nicht mehr. Ich bau mir gleich noch eine fünfte Festung hin. Also, bau mir gleich noch eine zweite Festung hin, wenn das so weitergeht. So, ihr helft jetzt alle mal. Ihr helft auch alle mal. Muss ich die Mauern noch reparieren? Nee. Okay. So, jetzt gehen wir den einfach entgegen. Dann haben wir zwar den Heimvorteil nicht mehr, aber ich glaube, dass das hier rechte Wurscht. Außer wir bauen auf dem Weg... ...Türme oder ein Dorfzentrum. Wir könnten ein Dorfzentrum bauen. Wenn wir da vorne hinkommen. Wenn wir das schaffen. Ich frag mich eh, wo die immer langlaufen. Die kommen ja immer so für... Na doch, wir müssten denen eigentlich wenn dann hier oben begegnen. Hatte ich nicht ne Balliste? Moment. Da sind sie! Auf sie! Ich muss ganz kurz gucken, ob meine... Oh, meine Balliste. Komm halt mit. So, jetzt zurück zur Schlacht. Schmerz halt sie nieder! Hatte ich nicht zwei Valkyren? Entscheint nicht. Das sah schon mal besser aus. Na komm, kleine Balliste. Ich fang hier schon mal an, die Reserve zu bauen. Jojo, wird gleich wieder Platz sein. Die sterben eh bestimmt gleich alle. Ich weiß, ich bin sehr optimistisch, was meine... ...Armee angeht. Aber ja. Damit will ich durch die Blume sagen, ich bin sowas von gar nicht optimistisch. Und die werden gleich alle verrecken. Bin ich mir fast sicher. Ich glaube, wir bauen uns jetzt hier... ...ein Dorfzentrum hin, weil wir's können. Mal ganz schnell und heimlich. Weil dann hätten wir hier wieder den Heimvorteil. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Riesen-Go! Oh, Balliste, geh'n Stück weg. Ihr greift mit an. Nee, ich brauch' die. Geht halt nicht hier außen rum, ihr Deppen! Scheiße, könnt ihr die lang genug aufhalten? Nein, lass mal dumm am Hof. Nein, mein Riesestut. Ach, alles ist scheiße. Alles nur, weil ich diese Siedlung wollte, die wahrscheinlich dann eh gleich wieder down ist. Wow. Und jetzt krieg' ich sie nicht mal fertig. Nein! Nein! Lock sie weg von dieser Siedlung! Nein, 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 nein! Ersatz-Ami, go! Lassen die bitte meine Siedlung in Ruhe. Nein, tun sie natürlich nicht. Balliste! Und sie trifft halt nichts. Ach, du Scheiße. Oh, das war jetzt ein Fail. Bei du. Ach, nee. Shit! Geil, die Balliste hat's geschafft! Balliste! Jetzt müssen die nur noch durchkommen. Philpoo. 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 Oh! 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 Scheiße! Go, go, go! Schnell! Balliste, weck mal die zwei hier wieder auf. Oh, ich hab so Angst, dass da gleich wieder welche aus dem Tor kommen. Oh, wenn wir uns hier halt irgendwie eine Base bauen könnten, das wäre mega, weil dann müssen wir nicht mehr so weit laufen. So, ihr geht schnell, ihr geht vor. Schnell, schnell, schnell! Baut das zu Ende! Bitte! Bitte, bitte, bitte! Nein! Du Arschloch! Hat er jetzt meine Balliste gekillt? Ah, bitte, lasst uns jetzt diese Siedlung hier fertig kriegen. Das würde mich sehr glücklich machen. Was ist hier los? Ich baue halt hier vom Feld ab. Ich muss ein bisschen Auge hier hinten auf die... Ah, die sind schon so in den nächsten Goldmini gewandert. Perfekt! So, dann baut ihr mir vielleicht hier gleich noch eine Festung hin. Dann hätten wir wieder den Heimvorteil. Was ist ja, glaube ich... Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, das wäre doch ein Vorteil. Wir machen uns nochmal zwei Zwerge. Einen für Gold und einen für Holz. Shit! Jetzt haben wir denselben Scheiß mit der Festung. Geht hier mit angreifen. Nur das Dorfzentrum. Los, jetzt! Diese Kämpfe müssen wir gewinnen! Nein! Geht hier mit kämpfen! Dorfzentrum, go! Schieß die kaputt! Kacke! Und diesmal habe ich auch keine Ersatzarmee. Nein! Holz und du gehst hier oben mit Gold machen. Shit, die dürfen mir nicht durchkommen. Nein! Ich kann hier schnell noch Leute draus machen. Go, go, go! Ich hole mir jetzt hier Einheiten raus. Oh, das muss klappen. Ich muss dieses Ding hier verteidigen. Nein, was ist das? Nein, was ist... Nein! 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 Das Dorfzentrum können wir nicht halten. Shit, 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 shit! Dorfswohner! Nein, 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 nein! Oh nein! Oh nein! Mach den kaputt! Mach den kaputt! Greif den an! Ihr müsst den... Oh Gott! Das schaffen die nicht, ne? Das Dorfzentrum hier hinten ist mir gerade egal. Das hier ist safe, aber die da oben... Nein! Nein, 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 nein! Geht bitte hier in den Turm! Oh, das war... Scheiße! Alles scheiße! Wir brauchen... Goldgräber, Zwerge. Wir brauchen eine Armee. Wir brauchen eigentlich alles. Okay, ich brauche generell eine neue Armee. Das heißt, ich muss viel länger warten hier, bevor ich wieder losgehe. Das war alles ungeil gemacht und wir haben fast keine Zwerge mehr, die Gold machen. Was ich meine, geht ab? Woher, was ich noch Luke? Ich mache mir nicht genug? Ich habe das viermalen. Ja, zu spüren. Sie haben ja schon lange gefällt. Ich habe das Wurkläber gefeiert. Ich habe das Wurkläber gefeiert. Ich habe jetzt einen ersten Wurkläber gefeiert.